heute gucken wir uns mal wieder ein thema an was wir auch schon mal hatten und zwar hatte ich mal vor einiger zeit ein programmiergerät gezeigt was ich mir gebaut habe um so ESPs zu programmieren oder umgebaut ist der korrektere begriff war ja schon fertig ich hatte damals ein bisschen was an schaltung auf die rückseite gesetzt dass das ding automatisch resettet und ja das macht das programmieren einfacher damit konnte man relativ einfach und kann immer noch hier solche ESP 01 module da programmieren die sind natürlich relativ praktisch weil günstig und schnell fertig und ja passt schon so in den kommentaren wurde ja schon häufiger darauf hingewiesen es gibt die dinger ja auch schon fertig die auch wie setmen können so programmiergeräte und ich habe auch schon gesagt dass ich mir so eins bestellt habe lag ein bisschen in der kiste aber gucken wir heute mal drauf und schauen erst mal wie sich denn so ein fertiggerät gegenüber meinem eigenbau schlägt und wenn wir damit fertig sind und wissen was das macht dann naja gehen wir die nächste schwierigkeitsstufe an wie sieht es denn aus wenn wir nicht den hier programmieren wollen sondern den ESP 12 oder ESP 07 ich glaube das hier müssen die zwölfer sein ja ich glaube schon das hier der hat nur Castellated Holes der hat keine Pins fertig dran die man einfach irgendwo einstecken kann das ist natürlich ein bisschen höherer schwierigkeitsgrad aber auch das kriegen wir bestimmt irgendwie hin gut fangen wir mal mit dem hier an und packen den erstmal hier aus wie wir sehen können sieht schon ein bisschen anders aus wir haben hier immer noch einen chip drauf das ist der cp 2101 nee das ist der silicon labs sil 2104 ok außerdem haben wir mit dabei ein ams 1197 mit 3,3 volt und zwei transistoren das sieht doch schon ungefähr das nach dem aus was ich auch hatte ein reset button noch mal für hand und hier unten haben wir noch mal das pinout 3v3 rxd reset i0 ok das ist das typische layout was wir auch hier haben wenn wir die hier mal vergleichen sehen wir noch ein bisschen mehr das ist identisch wunderschön oder nicht wunderschön moment ich hoffe einfach die haben das nur falsch geschrieben weil wenn wirklich hier oben rxd von dem chip hier wäre dann wäre rx auf rx das würde glaube ich nicht funktionieren naja das ganze ist dann als buchse und als stecker hier drauf wie so auch immer ich habe noch keine esp 01 gesehen die eine buchse haben ja die sind aber auch einfach miteinander verbunden soweit ich das sehe ist also die belegung eins zu eins heißt dann für uns wir müssen das hier so rum einstecken und so würde ich mal sagen hauen wir das mal in den rechner und gucken ob er dann programmiert so beispiel code das übliche blink sketch quasi allerdings was ich hier mache ist dreimal blinken lassen und dann für quasi zwei blink zyklen auslassen so dass wir ein bisschen ein muster drin haben das ganze ist kein not mcu sondern ein esp 12 haben wir den hier separat irgendwie generik esp module das klingt gut nicht 12 1 bild in led ist auf pin 2 upload speed gibt ihm cpu 80 crystal 26 sollte passen und der rest müsste auch alles gehen ok der port steht hier wie wir sehen können als com 4 drin das hier ist jetzt ein windows wurde direkt erkannt wenn es nicht geht ich lasse euch unten den link drin wo man die treiber runterladen kann dann gucken wir doch einfach mal ob er programmiert und das sieht gut aus die prozentzahl geht hoch und jetzt müsste es blinken ah und was mir gerade einfällt led pin ist manchmal eins versuchen wir das mal mit dem vielleicht haben wir damit mehr erfolg kommt drauf an welche revision der hier ist da gibt es wohl verschiedene das sieht besser aus da blinkt so also das hier wissen wir jetzt schon mal wie es funktioniert ob es funktioniert fehlt noch eins ich habe eben schon angedroht ich möchte auch die hier programmieren können weil hey sind halt ein bisschen mehr pins denn ich habe gerade ein projekt wo halt die vier pins die wir hier nutzen können nicht ausreichen mehr pins braucht dann größeres gehäuse und die eignen sich da relativ gut insbesondere man kann sie direkt auf dem board drauf löten haben wir gerade irgendeines hier nehmen wir einfach mal das hier als beispiel und wenn man da das nötige footprint hat kann man das einfach hier so drauf legen und dann entsprechend außenrum fest löten als smd hat allerdings auch ein paar nachteile der pin abstand ist relativ klein es gibt nicht wirklich eine möglichkeit pins sinnvoll dran zu löten und entsprechend ist es auch etwas schwieriger zu programmieren weiterer vorteil ihr seht ihr eventuell die fcc ich sehe leider kein ce hier drauf aber üblicherweise sind die dinger hier so komplett zugelassen dass auch entsprechend mit ihrer antenne und der ganzen zeugs diese funk standards erfüllen das heißt da ist man im zweifelsfall rechtlich auch ein bisschen besser abgesichert wenn man dann einfach sagen kann jeder hersteller hat das alles gemacht für den funkbereich bin ich nicht zuständig so hat aber auch ein paar nachteile dieses ding hier zum einen naja ihr seht ja schon die pin abstände sind keine 2,54 millimeter das heißt also irgendwie eine standard pinleiste dran machen und in breadboard stecken ist nicht das heißt also hier irgendwie sowas funktioniert nicht man kann auch nicht einfach irgendwie so ein paar dupont kabel oder irgendwas in die richtung reinstecken das braucht dann irgendwie mindestens ein eigenes bord alternativ flugverdrahtung was etwas ist was ich wahrscheinlich in meinen prototypen häufiger nutzen werde aber zum programmieren ist das alles mist und auch dafür habe ich mir was geholt und zwar sieht das hier so aus aus der packung da kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr sehen wenn ich rauskriege wie die packung aufgeht hier ist ein bisschen plastik drüber deswegen naja was wir hier haben das ist entsprechend sogar mit hier ein bisschen acryl glas drunter eine plattform und hier ein micro usb drauf ebenfalls ein chip was haben wir hier drauf das ist der auch ein sil 2104 dann haben wir hier jede menge federn wo am ende das modul reinkommt und dann alles nochmal hier auf pins rausgeführt so dass man da auch abgreifen kann wir haben einen ein aus schalter hier zusammen mit einem wahrscheinlich einem s1117 und wir sind schon vor esp8266 das ist also genau wie hier das modul gucken wir mal ob das auch funktioniert und die können wir theoretisch jetzt einfach hier rein legen einfach so ein bisschen festhalten und jetzt können wir hier das ding per usb programmieren und das sollte dann eigentlich ausreichend sein um hier eine software drauf zu kriegen ich sehe aber auch schon ein problem hier ist nämlich mindestens eine fehler die keinen kontakt macht oder nicht richtig kontakt macht also so funktioniert das schon mal nicht und was mir noch aufgefallen ist wenn wir hier mal drüber gucken da haben wir unseren entsprechenden seriellwandler mit den leds darüber usb ein paar buttons und hier die stromversorgung wie es aussieht was uns allerdings hier auch auffällt es gibt keine transistoren also automatisches programmieren ist hier nicht vorgesehen aber wir haben halt hier unten die tasten das heißt dann können wir immer noch per hand hier reset und prog einmal drücken und dann das so programmieren das geht noch ist halt nicht so dass man wirklich per hand sachen stecken muss naja unschön aber sollte reichen dann ist mir allerdings noch etwas aufgefallen wenn wir nämlich hier mal gucken wir haben ja hier dieses acrylglas auf der rückseite und ja auf der oberseite ist noch die schutzfolie drauf durch das acrylglas richtung platine gucken da auch hätte man eventuell abmachen sollen aber das ist noch nicht alles ja ihr seht ja hier ist die platine direkt drauf geschraubt mit entsprechend hier paar bohrungen wo entsprechend dann lötpads sind oder hier diese federn unten drunter allerdings auf die andere seite gehen ich will jetzt nicht sagen das sieht etwas seltsam aus aber doch tut es diese schraube hier oben die ist wie wir eventuell erkennen können schief drin ich glaube da ist die bohrung an der falschen stelle und entsprechend sitzt das jetzt irgendwie so hier unter spannung schräg da drin build quality punkt abzug und wenn wir die Schutzfolie abmachen sehen wir hier oben so ein paar einbuchtungen wie es aussieht was ist denn da passiert ich würde sagen man hat ein bisschen vergessen was zu bohren denn an der stelle sitzt hier der schalter daneben und da gibt es keine bohrungen für die lötstellen deswegen drückt er sich da ins plexiglas ok dann schauen wir was der hier sagt schließen wir mal an und eine led leuchtet ich höre dass er eine hardware erkannt hat wenn wir drücken ok geht er aus also runter gedrückt ist aus losgelassen ist ein ok nehmen wir uns mal den hier legen den hier rein das ist ein bisschen da muss man jetzt wie gesagt runter halten und jetzt aktivieren wir mal ok es blinkt das ist schon mal gut dann gucken wir mal ob wir jetzt auch den test coater hinkriegen dann ändern wir hier gerade unser led auf zwei das müsste hier besser passen auch hier wurde der port erkannt hat jetzt eine neue nummer bekommen aber anscheinend habe ich den treiber schon dann laden wir mal hoch ob er das macht kann jetzt im moment dauern wenn man die led ändert das ist ein define in c dann muss er im prinzip das ganze programm neu machen und wir sehen connecting aber nichts passiert kein wunder ich habe hier noch aus schalten wir mal an und überraschung es klappt wieso klappt das ich habe doch gar nicht brock gedrückt dann blinken tut auf jeden fall das ist schon mal gut was ich jetzt aber mal mache ist einfach hier die zeit hochstellen dass das ding langsamer blinkt dann nochmal hochladen mal gucken aber automatisch hochlädt oder ob mal was drücken müssen connecting und er programmiert direkt ok dann müssen wir also offensichtlich ok er hat jetzt abgebrochen wie wir sehen das heißt ich habe hier wahrscheinlich durch meinen wackeln irgendwie den kontakt verloren das ist natürlich unkön probieren wir das noch mal wie gesagt hier das mit den federn ist nicht so dolle was die haltbarkeit angeht da wäre irgendwie noch so irgendwas an der seite was das stabilisiert vielleicht eine klammer von oben deckel den man runterdrücken kann das ganze zu stabilisieren ganz gut aber wir können es programmieren so weit so gut ich gehe einfach mal davon aus dass die dann hingegangen sind haben datenleitungen von diesem siel chip geholt und nutzen die einfach um die gpu passen zu ziehen das geht technisch natürlich auch und wie wir sehen es scheint zu funktionieren das macht das ganze natürlich deutlich einfacher also auch hier die esp 12 kann ich programmieren das hier ist zwar nichts was ich benutzen würde für entsprechende größere mengen sage ich mal zu programmieren einfach weil wie gesagt ein bisschen nervig dass sie die ganze zeit festzuhalten da müsste man mal irgendwie mit 3d druck und eventuell so einer klammer da noch was bauen aber man kann sie programmieren und danach auf die passenden boards löten fein also zusammengefasst sowohl der für den esp 12 als auch der für den esp 01 sind auch in der fertig gebauten variante durchaus nutzbar und tun auch zuverlässig obwohl es nicht selbst gelötet ist was es sollen so 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 so